We gonna put her all in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then. So ihr könnt schon sehen, heute gibt es auf jeden Fall mal eine Handcam. Es haben einfach so viele geschrieben, dass ich mal eine Handcam machen soll und ich hab mir gedacht, warum nicht? Und ich hab richtig professionell hier eine Kamera mit Tesa an den Tisch irgendwie geklebt und, naja, mal gucken, ob das überhaupt hier hält. Dann hier noch der neue Shop, es gibt eine neue Skin, Vector, find ich jetzt gar nicht mal so nice. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten meinen Creator Code eingeben würdet, ARINFN, dann annehmen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, vergiss es auf jeden Fall nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. So, ich bin jetzt hier noch kurz in kreativ, ich will mal schauen, wie das jetzt alles ist. Ah ja, und die Handcam wird es auch nur für dieses Video geben, weil das ist alles mega kompliziert, ich muss auch voll weit von meinem Monitor weg sitzen, weil ich den Controller genau in die Kamera halten muss. Okay, erstmal, damit ihr seht, dass ich auch jetzt gerade spiele, hier springen, bauen, nachladen, hier Spitzhacke auf L3. Aber ich spiele ja kein Claw, deshalb benutze ich die Knöpfe auch hier nicht, sondern ich benutze hier die Pedals, also der hier zum Springen, der hier bearbeiten, das Kreis bauen und der zum Nachladen. So. Okay. So, noch ein paar Nineties. Okay, geht schon mal ganz gut. Okay. Okay, ich würde sagen, ich spiele noch eine Solo-Runde. So, Solo. Let's go. So, ich würde sagen... Salty? Obwohl ich mir hier das Trommelgewehr... gefätint, nachdem ich hier ate, habe ich jedes Aims ein. Oh, ja. Okay. So, eine goldene Combat. Das ist doch schon mal sehr gut. Keine Ahnung, ob ich mir das einbilde, aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob es mega laggt. Ah, ja. Der Laser. Junge. Wenn der mich noch geholt hätte, ich wäre direkt auf Line gegangen. 29 Headshot. 29 Headshot. Ähm, ja. So, wo könnte jemand sein? 30 Headshot. 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 So, gotcha. Oh, okay. Okay. Der Typ regt ja so auf. Ist mir egal, ich bau jetzt einfach so lange ab, bis er keine Mets mehr hat. Okay. 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 Das war's. Alter, endlich. Wo ist jetzt der andere hin? Hä? Ich hab zwar nur 130 Metz, aber scheiß drauf. Ich burscht ihn einfach. Alter, war's so schwer. Komm hoch. Ja? Alter. Komplett verebte am Ende. Junge. Wollte noch eine Trap placen. Komm, scheiß drauf. Hey, die Gegner tryharden ja so hart gerade. Ist die Kiste hier? Hä? Achso, da. So, hier geht's ab. Hä? 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 Wie der anvisiert hat. So? Ja? 've. Oh, hier geht's! Das ist sinn. Ja? Oh! Ah! So. Oh! So? 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 Hau rein Zwei Bigis So, wo ist die Zone? Alter, vier Jump-Hits hab ich Perfekt Platziert Wie der da schon Campt Der andere ist hier Junge Der will auf jeden Fall unbedingt den winnen Da könnte er sich So, hier noch ein Slurp Da, nimm Komm, nimm Der hat den Slurp nicht wirklich genommen, oder? Der hat den letzten einfach gepick-exter Alter, geile Runde auf jeden Fall Ich hoffe, euch hat's für die gefallen Falls ihr ja könnt, ihr gerne einen Daumen noch umlassen Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen Creator Code, eine fände ich vergessen Und ja, bis zum nächsten Mal Ciao